Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Freizeitpark News TV. Heute stelle ich dir die Katapult Achterbahn Karacho vor, welche sich seit dem 10. Juli 2013 im Erlebnispark Tripsdrill befindet. Karacho ist ein 700 Meter langer Infinity Lounge Coaster vom Gerstlauer. Nach einem LSM Lounge bei dem man in 1,6 Sekunden von 0 auf 100 kmh katapultiert wird, wobei 4,6 G auf den Körper wirken, erreicht die Bahn eine Höhe von 30 Metern, welches der höchste Punkt der Strecke ist. Danach folgen Elemente wie eine Hardline Roll, ein Dive Loop und ein Korpenzieher. Nach einer Minute ist die Fahrt dann schließlich vorbei. Diese 7 Millionen Euro Investition des Parks ist thematisiert nach Karl-Heinz Kolbenfressers Erfinderwerkstatt. Meiner Meinung nach ist Karacho ein sehr guter und schön thematisierter Lounge Coaster, den ich jedem nur weiterempfehlen kann. So, damit sind wir dann auch schon am Ende vom heutigen Video angekommen. Wenn es dir gefallen hat, darfst du mir gerne einen Daumen nach oben geben. Ansonsten kannst du oben links jetzt gerne und kostenlos meinen Kanal abonnieren und unten links kommst du zu einem anderen Video von mir. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal, dein Freizeitparknews.tv Bis zum nächsten Mal, dein Freizeitparknews. Daumen nach. Das axel. und da integriert die einer und da Lehrer-Run partager- wir rein.